Sooo, neuer Tag. Heute steht das Fest an und wir haben... Ich schaute keinen Bericht. So, ähm... Auch der HW noch was von uns. Ne, der kriegt leider leider nichts von uns. So, können wir zurück. So, leider können wir beim Fest ja niemandem was geben, das finde ich ein bisschen schade. Sooo, hallo, ich war... Ah, noch ein neues Rezept bekommen, sehr schön. Ich hab vergessen, gestern zu sehen, ne? Sehe ich gerade? Ups. Okay, das ist natürlich doof. Kann ich vielleicht bei Gelingen noch mal machen. Nicht... Frischdacht von mir, sage ich mal. Verwerden wir jetzt erstmal hier alles. Sooo... Gut, hier ist auch noch was. Da können wir nichts machen, hier können wir nichts machen. Gut, dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Saatgut. Ich würde sagen, ja, dann fangen wir damit einfach mal an. Sooo... Zack. Blubblub. Vielleicht habe ich noch die eine Aufgabe hier. 100 Taroworts. Äh, ich weiß gar nicht wie viele Taroworts ich habe. Muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege in der Zeit und wie lange die braucht. So, 10 Tage. Das würde klappen, theoretisch. Aber wir haben hier die auch noch. Wir haben den auch noch. Knöse. Schocken können wir auch noch machen. Bläte. Schauen wir mal, wenn wir einen Senfkohl glaube ich kommen. Oh, mit denen heute einfach mal rottig raus. So, mehrmals noch machen. So. Und jetzt auch noch den Stauern. Also. Mal schauen wie ich noch mal rottigern kann. Ich brauche aber also noch nie. So. Zitzen. 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 Zack, zitzen. So. Jetzt habe ich noch ein paar. Zuck, 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 zuck. So, machen wir für ganz entspannt hier die Völker nochmal voll. Schön. So. und weiter bitte, zack, so äh, kann man auch spielen, George hatte eigentlich noch was, heute kann ich mir noch ein Geschenk geben, okay ich werde vielleicht nachher nochmal schauen, wie ich mich was gebe gleich so, aber wir müssen uns erstmal, wir müssen uns jetzt erstmal um die Tiere, würde ich sagen dann müssen wir wahrscheinlich auch schon ich werde gleich wissen, was auf der Farm alles los ist so, es hat jetzt schon begonnen, das Fest, oi, okay ja, verdammt schnell ich muss das sagen, verdammt, verdammt schnell so wir müssen uns dann mal ein bisschen sputen vielleicht zack, 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 zack so ein bisschen wird an Eigenbau auf jeden Fall steht schon mal fest jetzt vielleicht gerade müssen wir mal gucken, wegen Platzmangel äh ja oder so noch einen Platz äh so sonst wäre mir nicht zu voll da da ach, mir nicht zu voll so 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 und schau mal was wir jetzt alles auslegen ich habe jetzt jede menge stuff noch hier ist echt voll gerade hier hatte das zeug was wir noch arbeiten wollen das ist auch weg gut wir wollen einfach mal noch neun Sachen ne einfach mal dreimal Kaviar, dreimal Weine drei Triffel Öl einfach nur tun wir nicht ganz gut das kann interessieren dass wir es später verarbeiten so nehmen wir noch zeug mit dann können wir eh nichts von Leuten geben von daher klar hoch dauert zehn Tage bis zur Reife in der Nähe von einem Gewässer gepflanzt werden wächst schneller in der Nähe von Gewässern ok ich habe jetzt nur 13 Tage Zeit also müsste ich jetzt 100 Stück haben damit ich es schaffen kann ansonsten habe ich schon verkackt im Grunde und das weiß ich nicht ob ich es habe oder nicht schau mal einfach mal im Grunde könnte ich jetzt aber hier abkürzen oder habe ich jetzt einfach der Eingang hat gesagt Stadt wäre ich beim Stadtfest gelandet ne sooo ist gut heute Stadtfest und ich darf mich nicht bewegen du hörst darf ich mich bewegen soo Paprikapapa haha ja wir kriegen ja eh noch ein bisschen was aber wir können ja mit den Leuten quatschen aber sehen nicht was die Leute für Qualitätsstufen haben so alles hier gemacht einfach mal mit allen quatschen das ist mal so ein Tourist ne das ist auch noch eine Hühnerfarm und so eigentlich ganz cool allerdings können wir jetzt einfach mit allen quatschen hier nochmal das ist übrigens etwas positives jetzt hier oben vielleicht irgendwie pennen ist ich da versteckt oder so? na ok der Hund guckt wieder finster Sim Simbastion ich habe auch noch nie darauf geachtet ob die Leute irgendwie wenn das auf mich wirken dadurch viel Geld haben wir eigentlich wir haben 10 Millionen ne stimmt natürlich erstmal zu Zauber reiten und einfach mal eine goldene Uhr holen Necklind So Lea Marlon Robin Dimitrius Emily Jodie Kent Lea 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 Me lea Thust tôl tanto Das kenn ich gar nicht. So, Luis, ein bisschen quatschen sind, die haben wir noch nicht gequatscht, okay. Leon haben auf jeden Fall nicht, Corbus nicht, klar. Barf haben wir nicht und sind es noch alle, die haben gequatscht. Was? Ja, cool. Dann quatschen wir mit Luis mal. Erzählte das jetzt als quatschen mit ihm. Ja, das sind wir gerade schon in ihm, cool. So, ich bin fertig, let's go. Und wir erfolgen. Wir haben ja echt hochwertige Zutaten. Die anderen sind halt Piers, das hat eben so riesen Zutaten gefüllt. Bei uns sind sie auch nicht klein, muss man sehen. Bin ich ja mal gespannt, was er sagt. Können wir wieder gewinnen? Die Ausgabe geht zurück zum Bargast Luis, okay, machen wir. Nicht schlecht, du hast den zweiten Platz mit der Bewertung von 82 erreicht, was? Was sind 500 Sternenmarken? Wieso habe ich nur den zweiten Platz gemacht? Ich habe hier voll die edeln Zutaten drin. Das ist der Kabel nicht edel genug für euch. Kanausen hier. Was ist das? Oh, Max. Geil, hätte ich mal Max geschafft. Ah, sowas will ich sehen. Hier, nimm mal eine Sternenmarke. Boah, dafür kriege ich eine Sternenmarke, wenn ich Max nun mal reiche. Ja, ich möchte gerne Preise tauschen. Ich will die Paprika. Und, ja. Das war so ein Wunder, wo ich kann einfach noch alles verspielen. Spiel mal einfach alles. Geben wir auf Orange. Geben wir einfach alles. Und. Es wird grün. Geil, alles verloren. Nice. Gut. Schatz, wir können gehen. Das war leider nichts. Aber doch schön. Ah, aber nur den zweiten Platz gemacht. Dann schon nochmal 22 Uhr. Ich werde damit spät. Zack, zack. So, dann tun wir einfach mal beiseite. So, jetzt gehe ich noch zum... Moment, super. Ich weiß nicht, ich will schon mal. Ah, jetzt haben wir noch ein paar Treffen bekommen. So, wir tun einfach mal jetzt... Ah ja, nach hier. Echt viele Arme dazwischen. Jetzt mal wieder hier ein bisschen, ne. Ausgleich schaffen. So. Zack. So. Ich habe nur eine Milch über. Ich habe nur eine Milch über. Ich habe da mehr gehabt, ne? Das ist blöd. Wir haben jetzt eine Milch über gehabt. Ich nehme trotzdem einfach ein bisschen mit. So. Ich habe echt viel Eier über. So. Zack, zack. Ich habe echt viele Treffel geholt. Was wir hier mal sagen. So, dann kommen wir die auch nochmal rein. Wir wollen morgen einfach mal zum... Mitnehmen. Wir müssen halt auf morgen warten. Mit den... Mit unserem, äh, wie heißt das? Mit unserer Uhr. So. Zack, zack. Aber das ist schon mal ein bisschen besser geworden. Den Käse können wir nicht auch komplett verkaufen. Die Duck-Felden können wir wieder verkaufen. Da nochmal wieder ein bisschen mehr Geld rein. Zack. So, ich war aber noch nicht auf der Farm. Ich komme auch auf der Farm gucken. Die Taro-Wurz haben wir. So, ich bin schon wieder alles zurecht, ready. Wir haben nicht genug, okay. Da könnten wir die Aufgabe überhaupt nicht schaffen. Die unten immer. Was, um eben klarzustellen. So. Mal fahren, ich bin schon wieder kaputt gegangen. Nice. Ich möchte jetzt mal dabei. So. Ja, ich weiß. Ich muss... Split. Jetzt muss ich mal ein bisschen was dazu machen. Ja. Ich denke, dass ich alles hinkriege, oder? Dafür ist es einfach too much. Das sind schon meine Kassentechniken. Ja, das hat übrigens noch gepasst. So, mehr Platz haben wir nicht. Warte, mir pennen. 50.000 Wein. In's Bett. So. Ein bisschen Geld nur gemacht. Ich weiß. Okay.